hallo kleine wenguin und schlängel na wie geht's euch ja und herzlich willkommen dieses wieder ein kleines spezialpart da ich heute abend leider nicht mit seelie aufnehmen können und seelie momentan noch keine zeit hat deswegen dachte ich mir machst du trotzdem ein bisschen was und zwar in form von ziel ist es diamanten zu sammeln damit wir also ist er da oben kein ziel ist es von uns diesmal diamanten zusammen damit auch wieder unser schiff erweitern können sowie gestern seelie damit wir endlich mal ordnung hier in das chaos kriegen und ich habe mir überlegt als spezialpart kann ich ja den ersten boss noch mal alleine durchgehen ich habe nur ein bisschen bessere ausrüstung als beim ersten mal und dann sollten wir das eigentlich hinkriegen ich muss nur noch mal kurz gucken hier habe ich noch ein bisschen platz drin hier nicht aber wir können keine gegenstände aufsamen ja gut blöcke gut das auch nicht schlimm hier könnte platz mal geben bräuchten echt platz und das ist schade dass man hier die sachen nicht woanders hinbauen können also oder hier das ist das ding mitnehmen können habe ich nicht irgendwo noch eine kiste die ich da vorne hinstellen kann ich schaue mal nach ich drücke immer noch die falschen tasten die blauen sachen sind am wichtigsten so hier natürlich nirgendwo platz drin gut wir haben essen wir haben das lassen das ist uns angehen ich will mit dem board computer ein status haben wir bloß eigentlich verbrauchen unbedingt nach den spinnenboss schaffe ich alleine nicht und diese dreidwing auch nicht also noch nicht vielleicht mit der späteren ausrüstung sollte sie jedoch noch zeit haben wird sie sich denke ich mal einklinken aber momentan halt nicht da ich sie momentan noch nicht erreichen kann denke ich mal müssen wir das hier allein angehen ein seil ich hoffe wie gesagt immer noch wir finden hier irgendwie diamanten die können nämlich auch in so ein natur training und genau so ein luna base dings das würde ich gern haben im 48 steckplätze und verbrauchende platz von 12 2 1 halb die 1 1 halb hier blöcke ich meine kiste also die sind relativ und und genau ich habe noch herausgefunden dass diese teddy bär nie nicht etwa dieser war das der froschladen doch ich glaube der froschladen der in einem outpost ist der verkauft jeden tag was anderes also ich habe keine ahnung woher mein husten kommt spür die macht auch er hat mich noch getroffen spür die macht meines meines genoms ich habe vergessen mir die dinge hier zu kraft ein paar sollte ich ja für die mission trotzdem gebraucht man sieht bin ich nicht ganz folge halt so stopp reicht ähm zack ne hier war ich ja gerade genau hier musste ich ja jetzt runter war hier hinten eigentlich irgendwas nachher der rückweg wenn man zu fuß rück gehen will spür die macht meines genoms wow der macht ja immer macht er immer so viel schaden je nachdem wie er den gegner trifft es ist ein legendäres item das steht halt nicht dazu ich finde den so cool oh wir haben eine helme gefunden yay ja hier sind diese kristalle er ist fast besiegt ich treffe immer nicht so wie ich will ich muss das zielen hiermit noch üben nicht an nicht aus ne da ist nix spritze ist nix drin und hier oben oh ne kappa ja angst was macht die spritze eigentlich äh spritzes make you glow ok und wir die nehmen leuchten wir gut wir gehen nach unten ich muss ein bisschen mit einem schlag besiegt ich weiß nicht wo wir lang gehen müssen ah doch war doch richtig aber trotzdem die jemanden sind halt selten ist da noch einer ist da noch einer ich durch will erstmal alles noch ein helm wenn ich hier wenigstens wenn ich in der mission einen diamanten findet dann wäre ich schon glücklich eine waffelkiste was das in space hell und korte sieht gruselig aus ich habe jetzt einen leuchteffekt kann man... ah ne ist kein geheimgang hier ich rette dich ihr blöden viecher ich bin eigentlich nur auf der suche hier nach schadstreuen hier ist nichts das ist für ein gang das ist auch nix mit mir die knarre und nix hier auch nix hab ich da geguckt ja hmmm wow geheim ah man kann echt die komplette ausrüstung sammeln davon es gibt überall geheimwege cool na gut wenn wir das erste mal diese mission machen wir zum beispiel keine zeit ich muss hier nochmal zurück tut mir leid ich muss hier noch runter weil wenn da drüben schon der boss ist was ist denn hier ah ne hier geht es ja nicht weiter ich muss noch weiter runter tü 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 hier runter boah das ist ja echt fies hier 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 sieht man an der stelle da sieht man gar nicht dass man da runter fallen kann ne sicherheitsweste ok so wenn ich jetzt noch irgendwas legendäres finde kriege ich ein problem hazard ok so wie jetzt was macht denn die da ist bestimmt eh doof ha das trifft mich von hier sogar Okay. Wenn ich sie mit einem Schuss treffen kann, sind sie. Cool. Und trotzdem habe ich keinen Platz. Okay. 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 Ich hab hier noch was anderes. Ich muss mal diese Wurf-Items hier werfen. Wow, die sind ja ganz schön stark! Oder nutze ich die doch nicht?